Torus ist offen. Was? Feuer! Feuer, Leute! Ey, Leute, ich brauch hier mal Hilfe. Torus ist offen, wir haben Lecks. Torus ist offen, Torus ist offen. Wir haben Lecks. Minigunfeuer initiieren. Minigunfeuer! Baut das einfach zu, kommt alle rein! Schnell! Ich hab hier Material gesaved. Schnell! Das sind auch welche! Skeletons! Robert! Da! Grün, positiv. Monster Wave spawnt aktuell bei Grün. Baumeister ist oben! Baumeister ist oben! Baumeister. Verstanden? Da standen wir. Wenn ihr die Wände durchrechen, dann haben wir ein Problem besetzt. Okay, wir brauchen einen am Nexus, okay? Falls ihr irgendwo reinkommt, bleibt am Nexus. Einer ist drin! Einer ist drin! Polak! Ich muss mein Kaugummi noch entfernen aus meinem Mund. Guck mal, der Alex hat der... Aus meinem Mund. Versaut den ganzen Anfang. Hallo und willkommen zu The Invasion. Bis zum Abend. Ja, hallo und willkommen zu The Invasion. Staffel 2, Folge... Ups, Folge 9? 10? 10 ist das, ne? 10. 10 müsste es sein. Schön, dass ihr da seid. Es kam ja... Die letzte Folge kam am Sonntag statt am Freitag, weil wir da einfach keine Zeit hatten, das auf die Reihe zu kriegen. Und wir haben es auch nicht gepeilt gekriegt, am Montag eine Folge rauszubringen. Deswegen jetzt erster Mittwoch. Tut uns leid, aber besser zu spät als gar nicht, ja? Und deswegen hallo und willkommen. Bei mir ist noch der Alex, der Maxi, der Klaus, der David. Bei ihm könnt ihr das übrigens auch nachschauen, bei Thunda85. Der Marco und die Maren. Hallo, Hernado. Hallo. Hallo. Ja, hat jemand einen Behinderten-Spass bestellt? Ich habe vorhin schon gefragt, das war der Aufnahme. Also es geht heute weiter mit Wade 50. Okay. Ja, also wenn man das in Alter umrechnet, 50, dann ist man schon fast schon ein Senior. Ja, also von daher wird es jetzt langsam schon richtig spannend. Ich bin gespannt, wie weit wir kommen. Violett, Violett, Violett. Oh, der nächste ist schon gesetzt. Okay. Ja. Wir schreiben uns noch immer über die Farbe. Ist das jetzt lila, ist das jetzt violett? Ich bin für blau. Leute, es gibt ein Problem innerhalb der Basis. Also für mich ist es schwarz, ich bin farbenblind, deshalb. Es gibt ein Problem innerhalb der Basis. Und zwar, die Basis ist schon so alt, dass hier mal wieder geputzt werden müsste. Ja, der Robert ist leider nicht da, Alex, ne? Okay. Herrbergsfader. Der Herrbergsfader ist wirklich so. Okay, ich bin im Hauptgebäude. Hast du schön gemacht hier, hast du schön viele Kakteen gepflanzt, ne? Toll. Jo, ich weiß. Sieht schön aus, ne? Toll. Sehr schön. Du sollst Botaniker werden, ne? Vielleicht. Ja. Ein paar Karotten noch, ein bisschen Kartoffeln und ein bisschen Obst, dann läuft das, ne? Da haben wir alles hier. Was ist denn da hinten los? Oh, Baumeister! Baumeister! Diese kleinen Würden anzuntviechereiler, die gehen so auf die Nerven. Er ist down. Also ich könnte, ich könnte auch die Hausverwaltung sein. Oh ne, scheiße. Alex, wir können dich nicht abziehen. Ja. Ich merk's. Ah, die rennen einfach durch. Spauten immer mehr, wir müssen alle, Leute, wir müssen alle Seiten im Auge behalten. Das kann ja fast nicht noch woanders kommen. TNT! Ah, TNT! Also, ich will nicht schwarzmalen, aber ich glaube, die Festung fällt heute bei der Aufnahmesession. Na. Ach, du Pessinist. Ich hab noch einen Ars im Ärmel in meinem Truhen. Du Pessinist. Ja, Friends of the Sun, wir nehmen immer drei Folgen aufhineinander. Es kann schon passieren, ne? Meistens. Wir wissen jetzt, wissen jetzt nicht, was da jetzt kommt. Meistens, ja, stimmt, meistens. Letztes Mal war das ein bisschen anders. Ähm, es ist schon, David, das hast du gut gemacht. Das wehrt viele ab schon. Bis hierhin. Nice. Ja, ich wollte eigentlich kein Kakteen hier aufsammeln, um die auf den anderen Seiten noch mehr zu pflanzen, aber da kommt dir auf einmal so ein Monster-Wave. Ein bisschen unfreundlich von denen. Ähm. Also wir werden hier kämpfen bis zur ersten Kugel. Baumeister, Baumeister hat die Festung fast erreicht. Ja, tue den. Hört dich auch. Ah! Oh shit. Baumeisterinvasion, Leute. Baumeisterinvasion. Äh, es ist eine, es ist eine, wir haben ein Eindringling in der Burg, eine Spinne. Ähm, passt doch bitte auf, dass bei den anderen Seiten nicht wieder Leute ungesehen in die Burg kommen, ne? Ja eben, ich bin dafür zuständig aktuell. Also, du machst das. Die machen es, die machen es so ein bisschen wie Snake in MGS. Die kommen da ungesehen irgendwie rein in den Stützpunkt, ne? Ich weiß auch nicht, wie die das machen. Wenn die zaubern. Da kommt wieder ein, äh, Baumeister. Ah, die kleinen Spinnen. Sehr schön. Sehr schön. Also ich hab, ähm, ich hab rot. Ne, rot. Rot. Monster-Wave von rot. Ich wiederhole. Rot. Meist kommen da jetzt Monster oder viele Monster? Ich brauche Verstärkung. Monster. Ist eine Spinne oben, ist eine Spinne oben, Leute. Alex, bist du angegangen? Wer ist denn das? Alex. Alex. Shit. Was geht denn jetzt ab? Tötet mich nicht, Leute. Oh, scheiße. Muss erstmal nachladen. Ganz großes Kino. TNT-Werfer. Positiv. 12 Uhr. Ich versuche mit der Halbauto das... Ja, sag mal, guck mal, die Spinne will's wissen, ne? Es ist wieder soweit, Leute. Gatling-Einsatz. Wir haben nimmer viel Munition, aber wir müssen das jetzt machen. Boah! Holy shit. Ey. Du... Hallack! 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 Ach komm, bei grün. Blech! Bei grün sind ein paar Spinnern. Grün, ich hab mich schon gelungen. Ja, Leute, wir müssen, wir müssen Truppen abziehen, teilweise. Das kann nicht sein, wir dürfen die anderen Seiten nicht ungesehen lassen. Achtung! Bauarbeiter ist im Haus! Bauarbeiter ist im Haus! Ich bleib auf der... Töden ihn Leute, töden ihn, bring ihn zum Fall. Hat sich immer durchgebaut. Basis ist nimmer sicher. Basis ist nimmer sicher, Leute. Leute, wir können, wie viele Leute sind wir insgesamt heute bei der Aufnahmesession? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, weil wir brauchen, wir können nicht alle auf eine Seite immer verlagern. Können wir nicht, das stimmt. Wir müssen immer verteilt bleiben. Da ist ein großer Dicker, der macht jetzt alles kaputt. Ohhhh! Er ist down. Viele Spinnen da sind, bei grün. Bei grün haben wir eine Menge Spinnen, das stimmt. Ja, grün, grün. Grün, positiv. Monster Wave spawnt, aktuell bei grün. Baumeister ist oben! Baumeister ist oben! Sehr gut Alex, down, der ist down. Da kommen ganz viele! Oh, shit! Möglicherweise ist die Festung geschädigt. Ah, die kommen da alle hin, da ist ein Ei! Ich versuche das Ei zu töten. Jetzt kommen die da alle raus! Sag mal... Leute, wir haben... Ah, wir haben Probleme hier! Überall... Ah, shit! Sag mal... Das wird immer krasser, von Wave zu Wave hier. Ja, ja, ich weiß. Die sind jetzt wieder weg. Ja, wir können keine... Wir können keine Leute mehr entbehren. Das sind ganz viele Spinnen, da habe ich gerade gekillt. Die waren Allah, der war doch hochkallt. Ja, unter dir ist zum Beispiel eine Spinne. Warte, ich mach die mal weg. Also, blau ist... Blau oder Lieder ist okay, da ist nichts gerade los. Ist gerade etwas explodiert? Bin ich. Oh mein Gott! Ach, die... Äh, Robert ist auch hier, der joint jetzt noch dazu und den brauchen wir auch. Okay, das ist sehr gut. Ja. Sehr gut. Bringt alle zum Fall, Leute. Holy shit. Hallo, Robert. Bis gerade in der Aufnahme. Schön, dass du da bist. Ja. Live zugeschaltet. Der Robert. Alter, Granat, wir brauchen einen Granateneinsatz. Granateneinsatz? Hat... Hat... Hat er ja mal einen... Granaten? Die bauen sich so eine kleine Höhle hier. Ja, hier bei Gelb. Die bauen sich eine Höhle. Ich brauche einen Granaten. Nein, die dürfen keine Höhle... Die dürfen sich keine Höhle bauen. Das wäre unser Niedergang. Leute, setzt keine Granaten ein, weil die kommen ansonsten vom Untergrund. Die da reinfallen und... Das ist alles schon ziemlich stark kaputt da unten. Holak, ich fixe es. Okay. Dann wird jetzt abgewehrt. Ich habe trotzdem ein Geschenk für die. Ja. Boah. Also, es kann ganz schnell gehen, ja. Wir haben jetzt noch... Ich habe jetzt noch ein paar Minigun-Munition hier. Noch sechs Magazine. Aber wenn die wechseln, dann werden wir überrannt, ja. Dann können wir da, glaube ich, nichts mehr machen. Äh, ja. Wir müssen auch dran denken, demnächst unsere starke Rüstung anzuziehen, ne. Die DIA-Rüstung, die verzaubert ist. Alex, move mal Robert hier rein, sein PC. Äh, laptop. Hier ist... Hier ist... Moment. So, guten Abend, Robert. Robert, wir brauchen Unterstützung in Invasion und du kommst genau richtig. Kommen wir sofort. Na, Robert, geht's dir gut? Aha. Geht's ganz gut, ja. Ja, gelb wieder. Ja, gelb wieder. Äh, gelb, Leute, gelb. Zwei Einheiten. Äh, ich bin da und Maxi ist da. Wir kriegen das hin, Maxi. Wir müssen... Ja, richtig, richtig viele, richtig viele. Bei Rot sind Baumeister. Okay, bleibt verteilt, Leute. Versucht, verteilt zu bleiben. Dann kriegen wir das eventuell hin. Geht ganz gut. Machen, wir sind da. Wir unterstützen. Ja. Ein paar Spinnen sind auf Blau gespawnt. Ein paar Spinnen sind auf Blau gespawnt. Äh, die Festung ist teilweise schon massivst beschädigt. Sag mal, der Feuer... Ja, ich krieg das nicht allein. Ah, er gerade ist in TNT in die Festung geflogen, will ich nur gesagt haben. Er hat das Dach der Kaserne getroffen. Positiv. Äh. Das war dieser Typ. Scheiße. Nein. Das Dach der Kaserne wurde beschädigt. Ja, ist eingeschürzt. Verstanden. Ich kümmere mich drum. So, verbrennt ihr scheiß Fächer. Also, ich glaube, in dieser Aufnahmerunde geht es zu Ende, wie Alex schon gesagt hat. Ähm. Man hat schon Probleme, die jetzt zurückzuhalten, auch mit Minigun Dauerfeuer. Funktioniert das jetzt nicht so, wie man es sich erhofft, ja. Aber... Dafür haben wir ja den David. Wir werden den David opfern. Die wollen nämlich... Die wollen nur... Die wollen nur... Die wollen nur ein Opfer haben. Weißt du? Das sind wild gewordene Bestien. Und wir bringen einfach den David raus, oder? Gefesselt, geknebelt. Dann lassen die uns in Ruhe. Ja, es sind immer die Kakteen-Tipps, die draufgehen am Ende. Ich weiß. Nur ein Witz, Roland. Nur ein Witz, David. Ja, ist schon getrunken. Robert, bist du schon im Spiel? Oh je. Maren... Maren wurde auch getötet. Leute, ihr müsst in die Festung kommen. Es ist draußen zu krass. Ja, ja. Bei mir ist auch... Ah, ich bin draußen! Nein! Schnell erstmal. Dann fällt er raus. Ja, aber guck mal. Ich hab die Konstruktion von dem Baumeister benutzt. Ey, das ist praktisch. Toll. Ja, Mist. Das sollte eigentlich nie passieren. Kann mir jemand hier reinhelfen? Da ist ein Türknopf. Da ist ein Türknopf. Da ist ein Türknopf. Ja. Alter, verschwinde, ey, du. Ja, warte mal hier auf. So, ich bin da. Okay. Sag mal, das ist aber ein frecher Hund, du. Der steht unter mir und wirft TNT hoch. Ähm, wir werden überrannt auf Gelb. Wir werden überrannt. Da ist ein Baumeister oben jetzt. Wir brauchen alle Einheiten jetzt hier drüben. Alle rüber. Alle rüberkommen. Nein. Die kommen... Die kommen... Die stürmen unsere... Alex, die stürmen unsere Wände gerade. Wir brauchen jetzt hier alle Einheiten. Ich bin bei Grün. Ich bin schon bei Grün. Bei Rot und Lila kommen ein paar wenige... Das darf nicht wahr sein. Guck mal, was ist ein Stau da unten? Ich halte da jetzt drauf. Ach du Kacke. Klaus! Hau ab, oder? Dann haben wir ein Problem. Ich werde dir helfen, Klaus. Robert, bereit, sich voll die Wand zu verstärken. Gelb. Alle zu gelb. Jetzt schnell. Alle gelb. Alle gelb. Alter. Was der Spaß. Schau dir das an. Schau dir das an. Das ist einfach nicht mehr normal. Ja, ich clear gerade alle andere Dinge. Ah! Spinne! Leute, da kommen unendlich viele, Mann. Das ist ja wie in China, ey. Stell 18-Jährige in eine Reihe und die hört nicht mal auf. Holy shit. Alter Schwede. Der Feind rammt unser Torhaus ein. Wir werden jetzt blatt gemacht hier. Wir werden blatt gemacht gerade. Alle Minigun. Feuert alles ab, was wir haben. Schnell. Ich komme nicht mehr auf unsere... Maxi, Maxi. Woll alles raus. Kommt alle rein. Kommt alle rein. Die Burg. Schnell. Hallo, Bro. Warum ist hier eine Fahne, Maxi? Wir machen das draußen. Ich habe fast keine Munition mehr, Leute. Frisst und das Feste auch am besten. Warum ist hier eine Fahne? Ah, da kommen wieder zwei große, dicke, starke. Verdammt. Mach mal hier kurz was aus hier. Hast du mein Zeug genommen? Ich habe gar nichts genommen, ne. Okay, okay. Die Burg ist am einstürzen. Ah! Da kommt den T. Oh shit, oh shit, es ist noch mehr gespawlt, es ist noch mehr gespawlt, Leute. Es ist ganz, ganz, ganz viele. Wo, wo? Auf gelb. Ganz hinten, ganz viele. Ach du Scheiße. Ganz hinten? Ja, ganz hinten. Wir seht ihr nur noch nichts. Kommt bitte alle rein auf die Wand. Ja, wir brauchen jetzt alle Einheiten drinnen. Ich bin so am Arsch. Nein, negativ. Wir können nicht alle entwehren. Ich komme rein, ich komme rein. Da kommen ganz viele raus. Okay, wir brauchen einen am Nexus. Okay, falls ihr irgendwo reinkommt, bleibt am Nexus. Bewartet. Einer ist drin! Einer ist drin! Holak! Ah, es leckt hier so bei mir, sorry. Der war da, der war da. Der war fast drin. Ah, fein. Die haben irgendwo einen Leck, wir haben irgendwo einen Leck. Ach Gott, Alter. Hier unten, warte ich. Robert, geh bitte an den Nexus und bleib da, okay? Falls irgendjemand reinkommt. Papi ist drin, Papi ist in der Burg. Ah, Feuer aus allen Rohren. Also, wir sind doch acht Leute gerade, oder? Ja. Okay, also einer bleibt beim Nexus. Einer kümmert sich um die Struktur. Ja, das mache ich. Damit die Wände intakt bleiben. Und alle anderen... Wenn doch jemand draußen ist, kommt rein. Ich patrouliere die Leeren. Müssen die jetzt abwehren von der Wand. Ja, ich bin schon reingekommen. Die leeren Welle da, das bohrt trotzdem ständig Monster, weißt du? Die Burg wird stürzen. Oh, ja. Guck mal, Alter, da kommt so eine Spinne hier. Ich könnte ausrasten. Die... Das ist... Das ist wie in der Schulmensor da unten. Die... Die stehen da alle und wollen da hoch. Oh! So, ich bin jetzt am Nexus. Mensch. Well, wie weit werden wir kommen? Wir haben unser Ziel schon erreicht. Wir... Wir haben Wave 50 erreicht. Das war unser Ziel. Aber ich muss sagen, heute habe ich jetzt keine Server-Lags oder so hier. Fällt mir jetzt irgendwie gerade auf. Habt ihr es ungestellt? Ich habe auch keine. Nein, nein. Das war das letzte Mal nur dein Problem, Toni. Niemand anderes hatte Server-Lags. Doch, bei mir auch. Bei ihm auch? Achso. Okay, dann... Schnell. Bei mir gab es gar keine Lags. Alle Toten. Schnell. Besser, mach, besser, mach, besser, mach. Ich werde es fixen. In... In der... In der... Obsidian-Schicht. Okay. Oh mein Gott. Also wir können... Die Obsidian-Schicht ist doch gebrochen. Ey, Robert, ich brauche dringend was. Achso! Ich habe mich getroffen. In der SSO ist Essen. Ich habe keine Munition mehr. Toni, ich habe Spezial... Gantling, Muni, ich habe welche mit. Komm zu mir. Ja, ja, warte, ich gehe rein. Wir haben eventuell... Wir haben Lags. Wir haben Lags. Ja, die, ähm... Die Kaserne ist schwer getroffen. Das... Komm, das ist doch wie Leipzig im zweiten Heldkrieg, ne? Ganz schlimm. Dresden. Überall Kaputt. Ah, wir haben noch ein bisschen Munition. Wir haben jetzt alles rausnehmen. Tut mir leid, Leute. Also das Essen ist... In der SSG ist ja noch zur Info, ne? Also... Leute. Oh, schon Lags. 52. Ich habe den Schatten aus dem Tür an. Äh, etwas kommt von dem NPC-Dorf. Rot-Grün, Leute. Etwas? Rot-Grün? Koalition? Etwas? Wie viel? Nein, da wird dann Robert sofort schlecht. Ja, ja, ich höre schon. Ja, es ist ja noch mehr. Äh... Rot. Rot. Rot? Haben wir alles abgewehrt auf... Auf, äh, gelb? Ich werde es mal prüfen. Ja. Ich repariere es gerade. Da steht einer, der guckt ganz creepy. Ich werde ihm mal einen Headshot geben. Jetzt ist er weg vom Fenster. Sehr schön. Da ist, ähm, Klaus. Gibt ja Deckung, Klaus. Robert, Robert. Ja? Haben wir noch mehr Essen? Zufälligerweise. Ey, das ist voll gut, dass hier dieses Holzding da ist, ne? Wo kann ich das raus holen? Das Essen ist in der Essens-Truhe. Direkt beim Speicher. Ah, hier. Dann nehme ich mir mal so einen halben Stack Karotten raus hier. Danke. Ja, tu das. Danke. Ha! Halt's auf. Okay. Oh, wir sind alle verbrutzeln. Brutzeln, haha. Das ist ein Schlachtfeld. Ich weiß auch nicht, was die Zombies haben. Die bauen da irgendwas ab. Random. Die haben ein Knicken der Optik. So. Der will auch mal fallen. Habt ihr das im Griff bei Rot? Ja, 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 ja. Ja, da wird es reingegraben. Die schritten es runter. Bei Grün? Ja. Ja, gut. Robert, das Tor ist gestürmt. Das Tor ist gestürmt. Robert. Wir sind in drin. Der Feind ist in der Basis. 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 Die sind drin. Was? Feuer, Feuer, Leute. Ey, Leute, ich brauche hier mal Hilfe. Tor ist offen. Tor ist offen. Tor ist offen. Weg, weg. Minigun Feuer initiieren. Minigun Feuer. Baut das einfach zu. Kommt alle rein. Schnell. 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 Das sind auch welche. Skeletons. Robert, da. Scheiße. Töte die fetten zuerst. Die, wo alles zerstören. Maxi, du hast unsere Hauffeinde, wenn der Kind auf uns kommt, töte die zuerst. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Eine Wave halten wir noch durch danach. Also noch eine Folge, glaube ich. Hans, ich gehe weg. Ich habe einen Truckernaut anzu. Können wir nix tun. Kinder. Nein. Achtung. Über dir. So. So, meine Kastanienkinder. Wir haben offenbar ein riesen Sicherheitsproblem hier. Ja, wir müssen jetzt in das Loch stopfen. Da ist so ein riesen Loch in der Wand jetzt. Die waren überall hier drin. Das ist so wie eine Zombie-Massung. Leute, eine Bitte. Eine Bitte. Wenn die Gegner kommen, tötet diese Fetten, die dann so um sich schlagen und alles zerstören. Das sind die Leute, die unsere Obsidianwand einreißen. Genau die Monstertypen. Wenn wir die töten, bevor die bei uns da sitzen, dann haben die Spinneneier hier. Ganz großes Klasse. Ja, kommt der ja. Ja, kommt. Die Eltern haben keine Manieren beigebracht hier. Den kleinen Rotzlöffeln hier. Okay, Torsi ist verschlossen. Äh, Wave von Gelb. Von Gelb. Ganz große Wave. Und die laufen alle rein. Ich glaube, die laufen in die Burg rein, Leute. Pass auf. Wow. Okay, ich stelle mich unten hin dann. Die gehen da alle rein. Alle ran. Pass auf. Ja, ähm. Gelb kann es nicht sein. Weil ich dann alles bekomme. Ah, die Waldsee. Gelb. Gelb, 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 Leute. Sag mal, wessen Idee war das eigentlich, das Lager direkt neben der Wand zu machen? Das wird Insta kaputt gehen. Aber gut. Tja, wessen Idee war das wohl? Danke, Merkel. Guck mal, Merkel. Werke hat dir nicht die Pläne gezeichnet, ja? Ja, Robert nimmt sie sofort in Schutz, ne? Ja, sweet, Robert, sweet. Das kannst du Frau Merkel erzählen, wenn du diese Nummer triffst im April, ne? Guck mal, Invade, man. Ja, die haben sich hier reingebohrt. Ich hab gehört, Merkel hat einen Steam-Account. 400.000 Dislags, alle von der CDU. Ich hab's euch. Hey, die haben sich hier in die Burg reingebohrt. Wo? Wo? Gelb. Gelb, okay. Ich weiß nur so viel wie es geht abzuwehren, aber die kommen da rein, die kommen da rein, Leute. Kann nix machen. Ja, ich steh da grad in diesem Tunnel hier, wo die sich reingebohrt haben. Bringen die grade in die Burg ein. Maren, Maren, ich fix das, ich fix das. Geh da weg, geh weg. Ach du Scheiße. Die Rot, Rot und Grün sind gesichert. Ich wiederhole, Rot und Grün sind gesichert. Boah, abnormal. Das Lager ist kaputt, das Lager ist kaputt. Maren, geh rein, geh rein. Das Lager ist kaputt. Versucht alles zu sichern, was noch da war, ne? Na, Mist, was ist mit dir denn? Solang die meinen Ender-Chest nicht zerstören. Ja, verlagert alles in den Ender-Chest. Lila, Lila, Wave. Honak, geh rein. Honak, Honak, Honak. Lila und Gelb. Ist ne Wave, weiß nicht wie groß. Boah, das ist ne riesen Wave, Leute. Panzerfaust. Oh mein Gott. Also, langsam. Ja. Oh je. Ah, ich glaub wir halten noch eine Folge durch, ne? Mach's kaputt, ich krieg ja verdamage. Boah. Bisschen hochgesteckt. Oh, hier ist noch auf 10 Jahren. Also, ich hab gewettet, wir schaffen es bis 55, aber hm? Ah ja, Wave 52 ist fast fertig. Okay. Ja, dann denkst du richtig positiv. Fuck, 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 fuck. Ich bin runtergefallen. Wir werden jetzt die Wave noch blättern und dann ist es auch schon gut mit der ersten Folge. Zeit schnell vergangen jetzt auch, weil man hat so viel zu tun hier, ne? Ja. Ihr sichert, ihr sichert. Wahnsinn. Hast du nicht ausgedrückt? Wir haben schon Arbeit. Das ist wie auf ne Demo, ne? Bundesliga spielen. Maren, deine Kaserne ist kaputt. Da hat man viel zu tun. Habt ihr die Fallen um den Nexus erneuert? Was? David wollen wir hier an der Stelle aufhören jetzt. Wir haben jetzt ein bisschen Ruhe. Ja, ja. Ich würd sagen, wir machen nächste Folge weiter, oder? Ja, würd ich auch sagen. Ja, dann würd ich das auch sagen, ja. Dann würd ich das auch sagen, ja. The Invasion. Ich hoffe, es ist Folge 10. Sollte so passen. Ja, ist Folge 10. Folge 10. Da geht's das nächste Mal weiter mit Folge 11. Am Freitag müsste es sein. Und ihr seht ja, also jetzt heute ist es nicht übertrieben zu sagen, es geht bald zu Ende, ne, Leute? Ja, vermutlich. Aber wir machen es dann wie die Musiker auf der Titanic. Wir werden uns zusammenstellen, ein bisschen Musik spielen und einfach dann abwarten, bis alles vorbei ist. Wenn ihr dabei sein wollt, dann schaltet das nächste Mal wieder ein zu The Invasion. Macht's gut und haut rein. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.